Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir machen hier einen kleinen Rundweg. Dann schauen wir mal wie der Rundweg heißt. Warte mal. Jetzt laufen wir mal weiter, wir laufen diesen Weg runter, ich nehme euch mit. Auf einem Bonta Land, wo wir langsam runterlaufen, das ist glatt, das ist ja nicht so einfach. Ja, wir laufen hier einen kleinen Rundweg, das ist ein Shaharava-Rundweg, das ist vor dem Stretttal. Oje oje. Wir sind schön langsam laufen, dann geht's berg ab, schau jetzt mal da, geht den Berg runterlaufen, 100 Meter. So. 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 so es geht gleich da vorne der berg ab bei der rechte bei der rechte schikane die gleiche berg ab dann schauen wir mal ob wir da runter laufen können da muss man langsam laufen jetzt sind wir da, oje oje, wir kommen jetzt hin, bleiben wir schön langsam runter der weg ist schmal, ein schmaler weg so, da laufen wir jetzt nur noch, oje, muss man langsam laufen denn zu wenig schnee da liegt nur eis auf dem boden so so ich kann jetzt runter laufen so über links rechts runter laufen so jetzt sind wir schön unten lassen wir das weg da runter ist ungefähr noch 200 meter bis wir an strittal ankommen so warte mal zeige ich euch mal den weg da lassen wir den weg runter so wunderschöne landschaft schauen wir da alles weiß zeige ich euch mal gleich so der land ist wieder runter weiter gleich am strittal so ein schöner schnee landschaft im kümmer sens oh oh so jetzt kommt jetzt die linkskurve muss man schön langsam laufen beim schnee da muss man aufpassen dass man nicht hinfällt so so oh wunderschön schön aus liegt so jetzt beide schafft vollkommen zu einem berg mit der berg runter laufen so diesen weg kennt ihr ja schon da habe ich vor zwei jahre mal gezeigt oder drei jahre her war schon lange her so zwei drei jahre zwei drei jahre habe ich das letzte mal gezeigt da war so hoch schnee da ist zehn zentimeter ja das ist ja so nicht so viel schnee das geht schon das geht schon das geht schon ich muss schön langsam runter laufen das ist ungefähr noch äh schätzen wir so ungefähr noch 200 meter das heißt oh denn strittal war ja wie es dort aussieht das heißt immer eine schöne eisfläche da ist der euch mal der neue spielplatz wo sie das neu dran gebaut hat da ist noch so eine schöne skaterpark guck mal so wir haben es bald geschafft dann schauen wir mal ob man da rein laufen kann ob man da rein laufen kann ob wir da vorne rein kommen können ob das vielleicht offen ist ich weiß nicht so wie läuft dieser Weg jetzt da hoch jetzt heißt es euch mal schöne äh wunderland im Piemmer sind am strittal so schön alles weiß da kann man auch Schnee bauen so jetzt laufen wir diesen Weg weiter ja da vorne schauen wir mal da schauen wir mal wie das aussieht schauen sie mal da Eisfläche gucken sie mal da an gucken sie mal das mal an oh je hast du sehen das ist äh Bodenfrost alles Eis Eisfläche warte mal da sag ich euch mal gleich wenn wir noch ein bisschen runter laufen so 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 weit runter laufen so weit runter laufen so weit runter laufen mal gucken sieht man vielleicht besser. Aber da oben ist, kann man auch filmen, aber nicht so gut. Noch ein Stückchen runterlaufen. So, auch ein schöner Wanderweg. Schau sie mal da. Sieht man schon besser. Schau sie mal da. Das Einzige, der hat ja das Hals so. Das ist so ein Kanal, wo das Wasser auch fließt. Das fließt da runter. Blühmetall. Das Wasser fließt da runter an der Blühmetall. Diesen Weg da runter. Runter am Eichebacher Mühle. Ein bisschen hochlaufen. Wir sind gleich am Park. Oh, das Tor ist auf. Da kann man reinlaufen. Sehr gut. Da vorne ist ein Schild abgebaut. Ja, das war so ein Wanderweg. Da muss man langsam laufen. Oh je. Schau sie mal das an. Eisfläche. Muss man aufpassen. So. Sehr glatt. Da. Schau sie mal da. Sehr glatt. Spiegel glatt. So. Und da haben wir noch hier so ein Schild. Das ist weg. Das Schild fehlt. Unglaublich. Haben sie bestimmt abgebaut. So. Da haben sie bestimmt abgebaut. So. Da ist noch ein Schild. Schau sie mal da. Können wir mal ein bisschen lesen. Warte mal. Warte mal so. Ja. Ja. Als Auto schildert. Da vorne geht es zum Dynamikum. So. Diesen Weg zeige ich euch beim nächsten Mal. So. So. Schau sie mal da. Alles glatt. Muss man jetzt aufpassen. Rüber zu laufen. So. 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 Da. Eisfläche. So. I. So läuft das Wasser noch. Das Wasser fließt. Schau sie mal da. So. So. Mal gucken. Versuchen. Rüber zu laufen. Da. Wo ich ganz langsam laufen bin. Oh. 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 So. So. Sie seht ihr da. Eisfläche kaputt. Ja. Das ist nicht so hart. Ja. Das Wasser äh. Läuft durch. Und das Eis schmilzt. Hm. Immer schön aufpassen. Das war knapp. Ich glaube. Diesen Weg dauern. Langsam hoch. Diesen Weg kennen wir ja schon. Da muss man aufpassen. Haben sie das sehen? Ich bin langsam rüber zu laufen. Dann mache ich das Eis. Dann zerbricht das Eis. Muss man aufpassen. Das war knapp. Ich bin beinahe hingeflogen. Ja. Das ist noch. Das geht noch. Ja. Meine Schuhe ist ein bisschen nass. Aber das ist äh. Alles okay. Aber diesen Weg kennen wir ja schon. Städttalpark. Habe ich beim letzten Mal gefilmt. Jetzt laufen wir den Weg da hoch. Ja. Um noch ein Stück hoch zu laufen. Bis wir da vorne kommen. Äh. Bis wir da vorne ankommen. Am äh. Neu Spielplatz. Bisschen anstrengend. Aber es ist ungefähr noch 800 Meter. Bis wir am Park kommen. Am Weiher. Isch. Ja. Da war ich ja schon. Schauen Sie mal da. Ja. Das Weg kennen wir ja schon, da können wir ja da oben Schlüge fahren, Brotel, alles mögliche, können wir auch Schneemann bauen, so, das ist gleich da oben, das ist gleich am Spielplatz. So, das Balg ist Golf, im März geht es los, ist Golf am Stretttal, das ist so Winter, ist Golf, mal gucken wie das Wetter hält, schau mal, und der Sommerkissgolf, erst im Juni, zwischen Mai, Juni, findet der Sommerkissgolf statt. Lass uns langsam hoch. So, da ist die Strettbrücke, schauen Sie mal da, das ist die Strettbrücke. So, so ein kleiner Bach, schauen Sie mal da an, wie viel Wasser. So, da gucken wir das an, der kleine Bach. Seilbahn. Ja, das wäre schon Frühjahr, können wir immer wieder mit dem Seilbahn fahren, hin und her zu fahren. So, da vorne so ein Schaukel dran gebaut. Warte mal. Jetzt kann ich ja da ein bisschen schaukeln, hoch und hoch schwingen. So. So, dann schickst du den Weg hoch. Jetzt ist ja noch 400 Meter, bis wir am Weiher kommen. So. So. Schwer. Oh, aufpassen, glatt. Alles glatt. Spiegelglatt. Schön langsam hoch zu laufen. Oh, schau jetzt mal da an. Schau jetzt mal da an. Schau jetzt mal da an. Ja, durch den Bach. Ja, durch den Bach. Bittvolle Ball. Ja. Das ist Schaukelwippel. Das ist neu gebaut. Sieht gut aus. Davon habe ich auch neu gebaut. Drehschaukel. So. Da war schon seit 2022 fertig. So. So. Guck mal da das A. Oh. Da kann man nicht röseln. Weil das gefährlich ist. Guck mal das. So eine Sitzbank. Das ist ganz gefährlich. Wenn runter zu rutschen. Nur noch ein bisschen ein weiter Weg. Laufen. Da kann man besser rutschen. Auf der anderen Seite. Warte mal. So. So. Die Bauern können immer rutschen. So. 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 zum Skaterpark. So. 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 schaut mal da. Schaut mal da. Skaterpark. Schaut mal da. wie es aussieht. wie es aussieht. so. So. Umfarben. So. So. So, da muss ich dich vor, so, so, schön, halt mal, sieht es wunderschön aus, es geht im Keterpark, so, alles Keterpark, so, das Keterpark ist hier geöffnet worden, April 2023, so, ich darf in diesen Richtung vor, am Weiher, ich schau mal, da ist gleich auch, so, ich glaube, da ein bisschen vor, so, 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 noch 200 Meter, jetzt sind wir gleich da vorne am Sitzbank, warte mal, wir können jetzt so rein, kleine Hütte, ja, warte mal, kleine Hütte, ja, warte mal, da muss ich weiter, so, alles Eis, so, alles Tritttalpark, so, wieder schön, sind gleich da, 100 Meter, so, das ist bei der Schaft, da sind so viele Sitzangeleitet, am Stritttal, da können wir auch sitzen, ja, so, alles Auto schildert, wenn wir da, ja, können wir lesen, was da draufsteht, schau mal, da, ja, so, machen wir noch ein bisschen vor, können wir besser sehen, so, ja, ich bin gut, auf der anderen Seite, so, schau dir das mal an, da rutschen schon die Leute, da vorne, so, dann道 orde, so, das einfache, hier, da vorne, so, sie war auch schon, so, sie war ja schon, so, alles flzę, so, so, sie war ja schon, das Eisfl crappy, so, 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 Da vorne ist Barfußfahrt, da vorne, ganz vorne, oh ja, sieht man, so, so, ich bin schon da, da ist Eisweier, niemals da drauf gehen, da schmelzt das Eis, wenn ihr da drauf geht, oh, fällt ihr ins Wasser runter, oh, das alles, man kann leicht zerbrechen, das Eis, das Eis kann leicht zerbrechen, so, da gibt es hier viel zu sehen am Stretttalpark, könnt ihr da ein bisschen Spielplatz gehen, wandern, und da vorne ist noch so ein Dynamikum, könnt ihr auch noch hingehen, so, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Gottes Segen, und statt in die neue Woche, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, ihr könnt gerne meine Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, so, ihr könnt gerne meinen Daumen, ihr könnt ähm, die Daumen hoch machen, wenn ihr wollt, so, und der schöne Eis, so, so, bis zum nächsten Video, und, macht's gut. Ja, nutzt. Ja, nutzt! Ja, nutzt! Soo, ja, nutzt! Wisst, wiemann, das ist einido, ich hab silence! Vielen Dank.